Also wohin fliegen wir? Vielleicht Richtung Süden? Jetzt scheint es, dass dieses Universum nicht nur für eure Rasse ein grausamer Witz ist. Für meine auch. Als Kind sah ich einen älteren Gott. Das hat mich verschreckt. An alle Einheiten! Hier ist etwas los! Ich will zu Erebus und danach gehen. Du musst Sam Levi hier rausholen. Scheiß drauf. Siehst du einen Bösen? Erstichst du ihn. Ist das dein Ernst? Die Leute, die wie eine Familie für mich sind, sind da unten gefallen. Diese Einrichtung ist in drei Zonen aufgeteilt. Blau, grün und rot. Zutritt gewährt. Wir sind verbunden. Tick, tack. Die Zeit ist für dich fast abgelaufen. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack.